Hallo! Heute bin ich wieder da. Eigentlich möchte ich was... Eigentlich wollte ich mir jetzt was ausschreiben, aber ich weiß nicht was. Ich mach mal. Gut, ich schreibe. Der Montag ist schön. Der Dienstag, da wird bedient. Der Mittwoch, da steht alles in der Mitte. Der Donnerstag, da donnerts. Der Freitag, da sind wir alle frei. Der Samstag, da gibt es Samen. Und am Sonntag scheint die Sonne. Was war denn das?